Ich will die Bundesliga nicht nur hören, ich will ausrasten. Im Auto oder bei der Arbeit, egal wo, Hauptsache live. Du hörst Fußball auf Sport1FM und weißt, es gibt nichts Geileres. Auch in der Champions League oder Europa League, da geht es wirklich um alles. Für mich ist Sport1FM das Weltmeisterradio. Alles für die Bundesliga, alles für dich, alles auf Sport1.